hallo was macht man wenn die saison vorbei ist man klappt den hoch und hat da wieder platz und das auto passt dann auch noch ein wenn es nicht ein großes auto ist dafür gibt es diese praktischen bügel die seitenlager bügel und dann steht das in hochkant man muss nur die räder abschrauben und zusehen dass die deichsel an der wand ist dann hat man hier ordentlich platz und kann was einstellen wieder wo das auto auch noch reinfahren ja wie das aussieht zeige ich auch gleich mal so 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 So? Passt!